Es ist der 9. Mai 2014. Wir besuchen ein Gericht. Das sind diese Gebäude, in denen Menschen, die von der Norm abweichen, wieder zur Ordnung gerufen werden sollen oder halt aussortiert werden. Je nachdem, ob sie sich dazu rumkriegen lassen oder halt penetrant bleiben. Wir begeben uns in den kleinen Ort Kerpen. Dort gibt es ein Amtsgericht und offensichtlich sind die Richterinnen und Richter dort noch nicht viel gewöhnt. Eine gute Gelegenheit also, die Theorie einmal in der Praxis zu überprüfen. Die Theorie, das ist das. Die geltenden Gesetze. Oder genauer, in diesem Fall, die Strafprozessordnung. In ihr steht alles, was für die Strafverfolgung wichtig ist. Wer zuständig ist, wie ein Ermittlungsverfahren abläuft, wer was darf und was nicht und schließlich auch, wie ein Gerichtsprozess zu laufen hat. Doch fangen wir ganz von vorne an. Ein Strafverfahren beginnt, wenn der Verdacht einer Straftat entsteht. Das kann bei der Polizei sein, bei Staatsanwaltschaft oder Gericht, aber auch bei, so bezeichnet es die Strafprozessordnung, bei jedermann. So haben nach § 127 des Gesetzes alle Menschen beispielsweise das Recht, andere festzunehmen, wenn diese einer Straftat verdächtigt werden. Dabei kommt es nicht darauf an, dass der Verdacht auch stimmt. Es kommt auch nicht einmal darauf an, ob überhaupt eine Straftat stattgefunden hat. Wenn der Verdacht entsteht, tritt die Strafprozessordnung in Kraft. Alles, was folgt, muss sich nach deren Paragrafen richten. Hm, eigentlich. Wir werden sehen, dass kaum irgendwo das Recht so oft gebrochen wird wie in Robe und Uniform. Herrschaftstheoretisch ist das auch logisch. Recht hat, wer das Recht durchzusetzen in der Lage ist, formulierte sinngemäß schon der große deutsche Rechtsphilosoph Gustav Radbruch. Gebrauch und Missbrauch von Herrschaft sind in der Praxis eher das Gleiche als ihr Gegenteil. Das eigentliche Gerichtsverfahren, also der Moment, wo Mensch den Richtigs, Staatsanwaltis und anderen direkt gegenüber sitzt, ist beim Entstehen des Straftatsverdachts aber noch weit entfernt. Denn zunächst starten Polizei und, meist informiert durch diese, die Staatsanwaltschaft ein sogenanntes Ermittlungsverfahren. Im Zuge dieses können Zeugis vernommen und Beweismittel gesichert, zum Beispiel bei Haus- und Personendurchsuchungen beschlagnahmt werden. Die Beschuldigten werden verhört oder, falls das nicht gleich nach der vermeintlichen Tat passiert, vorgeladen. Zu solchen polizeilichen Ladungen muss nie Mensch hingehen. Das empfiehlt sich auch nicht, denn alles, was Mensch dort erzählt, könnte dich oder andere belasten. Zumindest hilft es denen, die Lage besser einzuschätzen und gezielter ermitteln zu können. Wer zum Beispiel ein perfektes Alibi hat, sollte das, solange keine Untersuchungshaft droht, erstmal für sich behalten, damit die Polizei weiter in falsche Richtungen ermittelt. Es lohnt sich also, auch für diese Phase, in der ihr es vor allem mit der Polizei zu tun habt, gewappnet zu sein und den Umgang zu üben. Wir springen aber weiter. Irgendwann sind die Ermittlungen abgeschlossen. Nun entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob sie das Ganze sang- und klanglos beendet, das heißt einstellt, oder ob sie eine Verurteilung anstrebt. Dann muss sie das Verfahren einem Gericht vorlegen. Für die Prozessführung schlechter ist dabei die Sache mit dem Strafbefehl, denn anders als bei einer Anklageschrift muss Mensch reagieren. Außerdem hat Mensch weniger Rechte im Prozess. Ein Strafbefehl wird nicht, wie die Anklage, von der Staatsanwaltschaft beschlossen, sondern nur beantragt und dann direkt vom Gericht verhängt, ohne jegliche Verhandlung. Es wird eine kurze, meist 14-tägige Frist gesetzt und wer die verpasst, ist schlicht verurteilt. So begann auch unser Beispielverfahren in Kerpen. Das heißt, eines Tages fand die Angeklagte einen gelben Brief mit einem Strafbefehl und legte Widerspruch ein. So dann fragte sie nach Akteneinsicht und bat, wie das üblich ist, um Übersendung der Akte an das für sie zuständige Amtsgericht, damit sie nicht die lange Wegsstrecke nach Kerpen fahren musste. Ein solches Akteneinsichtsrecht hat jede Angeklagte nach § 147 Absatz 7 der Strafprozessordnung. Auch wenn so manche Justizeinrichtung, aber auch Anwältinnen und Rechtshilfegruppen gerne etwas anderes erzählen. Denen geht es in der Regel auch nicht um die Ermächtigung von Menschen, sich selbst verteidigen zu können, sondern um deren Verbleib in der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wer sich weder von Polizei und Justiz einschüchtern noch von eigenen Bewegungseliten bevormunden lassen will, wird nach Zustellung von Anklage oder Strafbefehl gegenüber den Repressionsstellen also weiterhin schön den Mund halten und erst mal die Akte im Gericht anschauen. Und, wenn es mit dem Strafbefehl läuft, die Frist zum Widerspruch nicht verpassen. Denn einen Widerspruch zurückziehen geht jederzeit, ihn nachträglich einlegen aber nie. Daher also erstmal widersprechen, ein Zweizeiler reicht, mehr wäre auch nicht gut, aus den gleichen Gründen wie Aussagen bei der Polizei eher Schaden als Nützen, dann in Ruhe die Akte studieren und frühestens mit dem dann gewonnenen Wissen um die genauen Vorwürfe und Beweislage entscheiden, eine Strafe hinzunehmen oder in die Gerichtsverhandlung einzusteigen. In unserem Kärtner Fallbeispiel legte die Beschuldigte also Widerspruch ein, beantragte Fahrtkosten zum erwarteten Gerichtstermin und wollte die Akte einsehen. Doch das wurde ihr verwehrt. An dieser Stelle ist ein kleiner Einschub nötig, um den Rahmen zu verstehen, in dem die folgende Auseinandersetzung ablief. Denn eigentlich sind Kerpen und sein Amtsgericht eine eher provinzielle Angelegenheit. Wie in vielen kleinen Amtsgerichten werden hier seit Jahrzehnten im Fließbandstil vermeintliche Straftaten abgehandelt. Meist ohne große Vorbereitung, in oberflächlichem Geplänkel zwischen roben-tragenden Nutznießes des ewigen Anklagens und Strafens und ohne sich um die sozialen Folgen des Einsperrens zu kümmern. Richtis, Staats- und Rechtsanwaltis kennen sich und spielen sich die Bälle auf Kosten von Steuerzahlenden und auf dem Rücken der Betroffenen zu. Das wäre auf lange Zeit so weitergegangen, wenn nicht vor einigen Jahren genau dieses Gericht überraschend in den Mittelpunkt politischer Strafjustiz gerückt wäre. Für ein lebenswertes Klima reißt die Kohle Meiler nieder! Aktivistinnen besetzten einen Teil des Hambacher Forstes, der für den Tagebau verschwinden sollte. Rundherum gab es immer mehr Aktivitäten, große Klimacamps mit Gleisblockaden und Gleisbesetzungen und dazu Veranstaltungen, Radtouren und das, was die örtlichen Bürgerinnen-Initiativen immer schon getan haben. Das brachte Unruhe in die Region und der große, große Koloss RWE, der hier eine Vielzahl von Kohlekraftwerken betrieb und große Löcher in die Landschaft buttelte und das alles noch ausdehnen wollte, der versuchte gegenzuhalten gegen den aufkeimenden Protest. Die, die ihn jahre und jahrzehntelang immer unterstützt hatten, die Behörden, die Polizei und alle taten ihriges, um den großen Konzern zu schützen vor dem Protest. So auch das Amtsgericht Kerpen, was bisher wenig gewöhnt war und jetzt mit einer Fülle kreativen Protestes konfrontiert wurde. Am 23.08. begann das Klimacamp in Mahnheim. Der Ort gehört in den Amtsgerichtsbezirk Kerpen. Was immer dort passierte, wenn die Polizei durchdrehte oder Anzeigen, die Menschen einschüchtern sollten, das Amtsgericht Kerpen musste sich damit befassen. Und so kam es auch zu etlichen Aktionen, die tatsächlich vor dem Gericht landeten. Unter anderem die Besetzung von einem leerstehenden, von der RWE schon gekauften und zum Abriss vorgesehenen Haus mitten in Mahnheim. Es sollte wieder bewohnt werden, wieder belebt werden, so wie einige andere Grundstücke auch, wo Menschen während des Klimacamps aktiv wurden, Gärten anlegten, Essen verteilten. Und so war es auch bei diesem Haus gedacht. Doch die Polizei schritt ein und machte dem ein Ende. Im Haus fand einer der Workshops statt, die zum Klimacamp gehörten. Und genau diese Leute traf dann der Bandstrahl des Amtsgerichts Kerpen. Sie erhielten einen gelben Brief, darin ein Strafbefehl. Denn Papi Staat tut alles, um die RWE zu schützen. Selbst ein Workshop in einem zum Abriss bestimmten Haus, das geht gar nicht. Doch einige Betroffene widersprachen. Und so lud das Amtsgericht für den 9. Mai 2014 zur Verhandlung. Und damit zur Begegnung der seltsamen Spezies namens Richter, Staatsanwälte und einige Zeuginnen und Zeugen und willige Ordnungsvollstrecker, beide in Uniform. Solch eine Ladung ist der übliche nächste Schritt. Nur in seltenen Fällen führt ein Widerspruch zum nochmaligen Nachdenken bei Gericht und Staatsanwaltschaft mit der Folge einer Einstellung oder Zusammenlegung mit anderen Prozessen. Wer eine Ladung erhält, muss sich nun spätestens gut vorbereiten. Dazu gehört die Frage der Verteidigung. Muss ich allein in den Prozess gehen oder gibt es andere Angeklagte? Will ich von einer Rechtsanwalti oder einer Leidenverteidiger unterstützt werden oder beides? Wie bezahle ich einen Anwalti? Ist Pflichtverteidigung durchsetzbar oder gibt es Solikonten? Die Variante der Leidenverteidigung, ob zusätzlich zur professioneller Verteidigung oder allein, ist eine spannende Idee politischer Prozessführung. Nach § 138 Absatz 2 der Strafprozessordnung kann dich nämlich jede beliebige Person im Gerichtssaal unterstützen. Und zwar mit den gleichen Rechten wie ein Rechtsanwalti. Das mag dich überraschen. Und auch hier beraten dich viele Anwaltis und Rechtshilfegruppen falsch. Sie lügen, um ihre Fründe zu sichern. Höre nicht auf sie, sondern mache dich selbst schlau. Die Leidenverteidigung bietet nämlich die Chance echter Solidarität. Jetzt können dich politische Mitkämpfis unterstützen. Das sollte schon in der Vorphase helfen, wenn du in Untersuchungshaft sitzen solltest. Wären ein oder mehrere deiner Freundis als Verteidigis zugelassen, können sie sich plötzlich jederzeit im Knast besuchen. Eure Post und alles Mitgebrachte bei Besuchen darf nicht mehr kontrolliert werden. Schon angesichts dieser Vorteil ist unverständlich, warum der § 138 Absatz 2 nicht häufiger beachtet und genutzt wird. Erst recht müssen endlich die Apparate von Anwalts- und Rechtshilfeorganisationen gestürzt werden, damit solche effizienten Formen der Solidarität auch Verbreitung finden. In der Gerichtsverhandlung hilft das alles noch mehr. Leidenverteidigis sitzen neben dir auf der Anklagebank, stellen Fragen und Anträge. Zwischen dir und einer solchen Person sind kreative Aufgabenteilungen möglich, zum Beispiel hinsichtlich mehr politischer oder eher formaler Beiträge. Ständig aktiv in den Prozess eingreifen, zuhören, reden oder Fragen stellen, mitschreiben und neue Einmischungen planen, all das geht nun gleichzeitig. Leider klappte das in unserem konkreten Fallbeispiel nicht. Zwar war alles verabredet, aber es zeigte sich eine Schwäche der Leidenverteidigung. Im Kapitalismus entsteht Zuverlässigkeit durch Zwang und Abhängigkeit, insbesondere das willige Vollstreckertum mittels Erwerbsarbeit. Fällt die weg, sind viele Menschen nicht mehr in der Lage, freie Vereinbarungen auch einzuhalten. Sprich, die verabredeten Leidenverteidigungen kamen nicht. Da die Angeklagte selbst sehr prozessunerfahren war, erlebten wir eine Gerichtsverhandlung, die wohl dem durchschnittlichen Ablauf solcher Prozesse in Kerpen entsprach. Der folgende, heimlich aufgenommene und mit Bildern nachträglich untermalte Mitschnitt wurde so zu einem Beleg für den alltäglichen Skandal namens Justiz. Er dokumentiert die Notwendigkeit, sich Selbstwissen anzueignen und die Idee der Leidenverteidigung auszudehnen, um nicht in den Mühlen der Gerichte unterzugehen. Hauptdarsteller auf der anderen Seite, Amtsrichter Wolfram Witzel. Einer von vielen und einer wie viele. Vielleicht mit einer Besonderheit. Er denkt nicht nur im Namen des Volkes, sondern auch im Namen Gottes, wie dieses Foto aus seiner Bewerbung für einen evangelischen Kirchgemeindevorstand beweist. Zu ihm also führt unser Weg in das Amtsgericht Kerpen. Und zum Staatsanwalt Götz. Einem Mann, der immer dann zu Hochform aufläuft, wenn es darum geht, die Angeklagte oder noch lieber das Publikum zurechtzuweisen und zu bedrohen. Schon bevor es losging, hatte Richter Witzel, wie in den Urteilsfabriken so üblich, mehrere andere Angeklagte in meist wenigen Minuten dauernden Verfahren abgeurteilt und bestraft. Doch bei diesem Verfahren sollte es nicht ganz so problemlos laufen. Richter Witzel hatte der Angeklagten nämlich die gesetzlich vorgeschriebene Akteneinsicht verwehrt. Und das konterte die am Anfang mit einem entsprechenden Befangenheitsantrag. Richter Witzel war leicht verwirrt. Was ist das? Also, Grundabschied von der Anwalt die Werkstattstellung nicht. Ich möchte das sofort in die Sitzung nehmen. Also ich glaube nicht. Dazu steht gerne vorhanden, sonst reicht, wenn ich nicht gegen den, muss ich überhaupt vorlesen. Da ist noch Platz. Die Öffentlichkeit, das BVG, der streckt sich nicht auf die Akteneinsicht oder auf vorlesen, das habe ich schon angeträgt. Und da Sie doch Platz genommen haben, gehe ich mal davon aus, dass Sie für Sie die Frau nicht auf die Akteneinsicht sind. Richtig. Entschuldige, ich frage Sie nur, weil normalerweise... Ich sage es Ihnen gleich, ich hätte gerne zu dem Antrag einen Gerichtsbeschluss. Also, dass man das, wenn ich jetzt Ihre Fragen beantworte, nicht zum Rechtsnachteil. Die reicht. Also, ich hätte gerne den Antrag bearbeitet, den Sie vorhin haben. Den hätten Sie ja auch gar nicht vorgewiesen, aber... Ja, ich glaube, ich weiß, Sie haben bestimmt eine gewisse Punkte, was die SD2 anbetrifft, weil Sie mal die Feinheit hier in der Welt auch feststellen, dass es kein Recht besteht, dass ich Ihre Anreiche hier laut vorlese. Das müssen Sie selber tun. Ja. Nein, ich hätte es gerne vorgelesen. Sie hätten es gerne vorgelegt. Das ist was anderes. Sie haben es mir hingelegt mit der Bitte, ich soll nur das vorlesen. Ja, was ist denn so? Ich habe mal ein Vorlesesentwurf mit der Quint davor vor 40 Jahren. Sie wollen mal vorlesen. Nein, Sie wollen mal vorlesen. Nein, Sie wollen vor. Nein. Bitte schön. Ich muss aber erst wissen, ob Sie auch diejenigen sind, die das vorlesen darf. Weil da darf nämlich nur die Beschuldigte selber lernen. Sonst sind Sie ja die Prozessbeteiligten. Also da beißt sich die ganze in die Schweiz. Genau. Das war man ja jetzt. Das war man ja jetzt. Also ausweißen Ihres Dialektes können Sie durchaus aus dem Süden Deutschlands kommen und dann spricht Sie schon mal dafür. Nur unabhängig, ich betrachte das jetzt nicht als Verlegung zur Person, sondern nur festzustellen, damit Sie nicht weiß, ob Sie diejenigen sind. Sie sind also Frau. Richtig? Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Wie kann Ihre eigene Person dem Nachteil zum Nachteil gereicht? Von der Reihenfolge. Ja. Wenn Sie das vorlesen, und so las die Angeklagte dann ihren Befangenheitsantrag vor. Am Ende mit einer Kampfansage an das Gericht. Hilfsantrag. Hilfsweise beantrage ich zu prüfen, inwieweit die sichtbare Leute entwicklige Unkenntnisse in Strafprozess und Regelungen mit Zweifel aufwirft, ob Sie für dieses Amt betragen wollen. Darf ich den Hüter so zu verstehen, dass Sie meine Ständnisse der Strafprozesse, bin ich überhaupt Jurist, man weiß es ja nicht, so anzweifeln, hilfsweise zweifeln Sie an, ob ich die andere auch was vertreten oder nicht gereicht über den Strafverhandel. Ist okay, ich nehme das mal so entgegen. Meine Damen und Herren, wir machen jetzt Folgendes, die STPO verbietet ist, die Hauptverhandlung fortzuführen und wenn, und da hat die Angeklagte, die offensichtlich zumindest in gewissen Bereichen der STPO nicht kennt, das so gemacht, dass sie das Voreindrück in die Hauptverhandlung gestellt hat, muss zunächst über den Ablehnungsantrag entschieden werden. Das bedeutet, allerdings nicht, da würde ich heute trotzdem weiter machen, weil der Kollege, der wir diesen Antrag zu entscheiden haben, der hat, der ist durchaus zugänglich. Jetzt müssen wir schauen, wie weit es zeitlich hinzubekommen ist. Ich möchte nämlich vermeiden, sozusagen wieder einen neuen Termin machen zu müssen. Das bindet meine Hälfte, das bindet auch die Zeit der Zäumen und auch die Zeit der Zuhörer zu sagen, die möchten gerne jede Woche da hier richtig auflaufen. Ich halte es für erstrebenswert, mit einem möglichen zeitlichen Versatz, den ich im Moment noch nicht abschätzen kann, wenn über den Antrag zeitnah entschieden werden kann, dass wir je nach Haus da, wenn ich natürlich gefallen bin, weil ich nicht weiß, dann wird der Kollege entscheiden, dann kann ich die Sache nicht machen, dann ist meine Vertreterin, die Frau Bezell, die ja auch schon auf sich abgelehnt worden ist, insofern, wenn er zu wäre, weiß ich nicht, wenn der entscheidende Kollege zu der Auffassung kommen sollte, ich sei weder befangen, noch seien meine Kenntnisse derart marginal, dass ich gleichwohl in der Lage wäre, ein entsprechendes Strafverfahren durchzuführen, dann könnte es durchaus sein, dass ich heute eine Beweite mache. Also ich unterbreche die Hauptwarnung hier und bitte die Zeugen zunächst erstmal etwas abzumalten, bis ich nähere Informationen dazu habe, in welchem zeitigen Fenster man entscheiden wird können und deshalb sage ich jetzt erstmal ich unterbreche die Hauptwarnung zunächst erstmal bis halb zwei. Und damit ging es in eine längere Pause, zugleich die Mittagsunterbrechung. Schon dieser kurze Auftakt berührte mehrere Paragraphen. Die Strafprozessordnung legt nämlich minutiös fest, wie ein Gerichtsverfahren abzulaufen hat. Dadurch erstarren Prozesse regelmäßig zu reinen Ritualen. Andererseits werden sie kalkulierbar und das bietet Chancen gerade für die offensive Verteidigung. Denn jederzeit ist klar, was als nächstes folgt oder zumindest wenn sich das Gericht ans Recht halten würde, folgen müsste. Stellung von Anträgen, schlaue Streuung von Erklärungen über den Prozessverlauf hinweg und abgestimmte Aktionen und Reaktionen zwischen Publikum und Gerichtsgeschehen sind planbar. Den Beginn macht immer der Aufruf zur Sache. Geregelt in Paragraph 243 Erster Absatz. Danach folgt die Feststellung der Personalien und die Klärung, welche Beweismittel und Zeugies da sind. Beides bietet schon einige Handlungsmöglichkeiten, sei es thematische Ausführungen bei Nachfragen zu Wohnort oder Nationalität oder sei es beim Publikumsapplaus für uniformierte Zeugies. Immer wieder bietet auch die Frage, ob Mensch beim Einmarsch der Robenträgis in den Gerichtssaal aufsteht, sitzen bleibt oder etwas Drittes, vielleicht theatralischeres abzieht. Eine feste Gesetzesgrundlage findet sich dafür nicht. Aber Mensch kann in dieser wie auch in anderen Verfahrensfragen den Richtis und Staatsanwaltis doch die sogenannten Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren vorhalten und sie erinnern, dass sie sich eigentlich daran halten sollen. Darin steht unter Punkt 124 beim Eintritt des Gerichts zu Beginn der Sitzung und bei der Vereidigung von Zeugen und Sachverständigen und bei der Verkündung der Urteilsformel erheben sich sämtliche Anwesende von ihren Plätzen. Sonst also nicht. Nur zu Beginn des Tages und dann noch bei Vereidigung und bei der Urteilsverlesung. Das Zusammenspiel Publikum Angeklagte bzw. Laienverteidige lässt sich an diesem Beispiel gut zeigen. Das Publikum agiert, von der Anklagebank folgt die Formalisierung der Frage, zum Beispiel mit einem passenden Antrag, das nie Mensch zum Aufstehen gezwungen werden kann. Die bis ins Absurde gehende äußere Gestalt eines Gerichtsprozesses bietet ohnehin Angriffsfläche für viele Anträge, etwa zur Sitzordnung oder zu Kleidungsfragen. Was auf den ersten Blick nur als Klamauk oder clowneske Übung rüberkommt, kann im Begründungsteil hochkarätige politische Statements enthalten. Denn die Struktur eines Prozesses ist nicht zufällig, sondern Ausdruck einer autoritären Denkstruktur, hier zusätzlich noch aus vergangenen Jahrhunderten. Auf die angedeutet offensive Art hat sich die Angeklagte in unserem konkreten Kerpener Verfahren aber nicht verteidigt. Das hat es dem Gericht leicht gemacht und zu einer Verhandlung geführt, in der fast alle Rechte der Angeklagten mit Füßen getreten wurden, darunter die Akteneinsicht, die Richter Witzel rechtswidrig verweigerte. Die Rechtsfrage wird gleich im Prozess umfangreich erörtert und selbst unter seinen Kollegis am gleichen Gericht steht Witzel mit seiner Meinung eher allein. Die Verweigerung der Akteneinsicht mit einem Befangenheitsantrag zu kontern war daher genau richtig und den entsprechenden schrieb noch Sekunden vor Beginn der Verhandlung auf den Richtigtisch zu legen auch. Denn so wurde der weitere Verlauf erst einmal geblockt. Während der Verhandlung müssen Befangenheitsanträge hingegen sofort nach Entstehung des Grundes gestellt werden und trotzdem kann erst einmal weiterverhandelt werden. Als die Mittagspause in Kerpen zu Ende war, versammelten sich alle wieder im Gerichtssaal und das Verfahren ging weiter. Der Richter wartete mit einer Überraschung auf. Bevor er den Beschluss zum Befangenheitsantrag verlas, verkündete er seine eigene Rechtsposition und behauptete dort genau das, was die Angeklagte in ihrem Befangenheitsantrag mehrfach widerlegt hatte und auch mit Urteilen unterstützt hatte, nämlich Richter Witzel wiederholte noch einmal, eine Angeklagte hat kein Recht auf Akteneinsicht. Ich habe mir alles sehr schön angehört. Vorab, man sollte unterscheiden zwischen dem Absatz 1 auf Akteneinsicht und Absatz Abschnitt 7. Abschnitt 7 beschäftigt sich mit der Frage, ob den nicht durch Anwalt vertretenen Angeklagten die Möglichkeit eingerollt ist, Abschriften oder einzelne Dinge aus der Akte zu haben. Wenn Sie, die Sie es getan haben, einen Akteneinsicht zu stellen, dann geht das über diesen Abschnitt 7 deutlich hinaus. Das ist der erste Unterschied. Dass Kommentare, die europäische Rechtsprechung oder auch nationale Rechtsprechung sehr wohl die Akteneinsicht mit umfassten, hatte die Angeklagte nicht nur in ihrem Schriftsatz wie gezeigt vorgelegt, sondern auch direkt vorgetragen. Hören wir ein paar Auszüge aus ihrem mündlichen Vortrag, wo sie eindeutig belegt, dass sehr wohl das Recht des Angeklagten auch die Akteneinsicht umfasst. Die Verweigerung der Akteneinsicht gibt als Verweigerung des Grundrechts abrechtliches Gehör. Denn erst diese ermöglicht es überhaupt präzise Antworten zum Tatvorwurf und entsprechende Anträge zu stellen. Am 13. März 2003 hat der Europäische Gericht für Menschenrechte entschieden, dass das Recht auf Akteneinsicht im Allgemeinen nicht auf Verteidiger beschränkt werden darf. Zumindest eben angeklagten müssen die Akten spätestens vor der Hauptverhandlung zugänglich sein. Auszüge aus Stefan Schläge auf das Akteneinsichtsrecht des Beschuldigten im Strafverfahren. Eine wirksame Verteidigung auch durch den Beschuldigten selbst ist nur denkbar, wenn dieser die ihm zur Last gelegten Umstände kennt. Er weiß, worauf sich der Vorwurf gründet und welche Beweise mit dem Vorhanden sind. Wenn somit eine ausreichend breite Informationsgrundlage gespielt. Der unverteidigte Beschuldigte hat wegen seines Rechts auf Selbstverteidigung einen Anspruch darauf, die Inhalte der Ermittlungsakten im gleichen Umfang nutzen zu können, die der Verteidigte beschuldigt sind. Den Kommentar von Kleinrecht Meier-Bosner zur Strafprozessordnung Einsetzung § 147 ganz krib und klar, die Akten dürfen den Beschuldigten grundsätzlich nicht überlassen werden. Kann er sich ohne vollständige Akteneinsicht nicht hinreicht in Verteidigung, so ist ihm ein Pflichtverteidiger beizuordnen. Ist deswegen des geringfügigen Vorwurfs untunlich, muss die Akteneinsicht gewährt werden. Doch alles nützte nichts. Der Richter wollte vom geltenden Recht nichts wissen. Zwar deutete er in der Mittagspause noch an, dass er die Sache nicht eskalieren wollte, aber nach der Mittagspause konnte er sich daran wohl nicht mehr erinnern. Kleines Gespräch in der Mittagspause auf der Straße. Anweisungen werden ich hauslassen können. Jeder muss seinen Personal vorlegen, alles muss abgeben, mache ich alles. Ich wollte ein bisschen entspannt sehen. Ich bin ja nicht im Krieg hier. Meistens machen sie das, weil sie das schriftlich machen, dann kriegen sie vom Verwaltungsgericht einen rüber und dann ist gut. Dann ging es wieder los und das Amtsgericht Kerpen hatte die Angelegenheit inzwischen geklärt. Akteneinsicht gibt es nicht für Angeklagte, das sagten jetzt auch andere Richterinnen und Richter und sprachen den Richter Witzel damit von jeder Befangenheit frei. So einfach geht das. Ich habe hier den Beschluss des Kollegen Raun, die jetzt zunächst meine Dehnung vorlese. Also in dem Strafverfahren in PüP-Rotter und so weiter vergehen auf § 133 StGB an des Amtsgericht Kärnabteilung § 145 am 9. Mai 2014 durch den Richter Wanzig Grau beschlossen. Das Befangenheitsgesuch vom 9. 5. 2014 wird als unbegründet zurückgelegt. Absatz Gründe Der Befangenheitsantrag ist unbegründet. Gemäß § 24 Absatz 2 ist die Böro kann ein Richter wegen Besorgen zu Befangenheit abgelehnt werden, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unparteiligkeit zu rechtfertigen. Ein solcher Grund ist hier Entgegen der Einsicht der Angeklagten steht hier kein eigenes Akteneinsicht zu. Gemäß § 17 Absatz 1 ist kliniklich ein Verteidiger Befug die Akten einzusehen. Diese Regelung ist auch als verfassungskonform einzusehen. In einem Beschluss vom 21. 11. 2012 kam auf 2. Senat Bundesverfassungsgericht 1548 aus 02 hat das Bundesverfassungsgericht zu der Problematik auszugsweise ausgeführt. Der Grundabsatz Es ist von Verfassungswegen nicht zu beanstanden, dass der Beschwerdeführer ein persönliches Akteneinsicht ohne Einschaffung eines Rechtsanmaltes verweigert worden ist. Dabei kann dahinstehen, ob sich ein mögliches Akteneinsicht der Beschwerdeführer zu keinen Zeit mit förmlich Beschuldigten im DGU bekannt geführt, der Mitungsverfahren anlässlich des Todes ihrer Mutter gewesen ist und die deshalb ein solches Recht nicht nach § 147 StPO Geld machen kann Ein sehr spannendes Zitat, denn der Text sagt ja eindeutig aus, dass es sich bei dem Fall um eine Person handelte, die nicht Angeklagte und gar nicht Prozessbeteiligte war. Also ein Beschluss, der überhaupt gar keinen Zusammenhang hat mit dem, was im Amtsgericht Kerpen passiert ist. Dort hat nämlich die Angeklagte Akteneinsicht bekommen wollen und das steht ihr in der Tat zu. Denn nach beiden Vorschriften ist ein persönliches Akteneinsichtsrecht gesetzlich nicht vorgesehen. Im Grunde liegt für die Verfassungswidrigkeit dieser Regelung, für die sich der Gesetzgeber im Übrigen auf Akten, Sicherung und Datenschutz entschieden hat. Sprechen hat die Beschwerdeführung weder vorgetragen, noch sind sie ansonsten ersichtlich. Weiter ist auch ein Letzterland Türkei ist der Kammer nicht ersichtlich. Der Leitsatz lautet dabei, dass vom Artikel 6 Europäischen Menschenrechtskonvention umfasste Recht und Akteneinsicht kann dann nicht allein auf die Verteidigung beschränkt werden, wenn davon auszugehen ist, dass der Angeklagte selbst die Beweise hinsichtlich seiner Verteidigung besser einschätzen kann. Dabei draußen müssen jedem Angeklagten die Akten vor der Opfer nicht zugänglich sein. So schätzt, als dies einem eingeschalteten Anwalt möglich sein sollte. Nach Auffassung des Gerichts war der abgelehnte Richter auch nicht gehalten auf die Möglichkeit, dass gegebenenfalls Abschriften aus der Akte angefordert würden, von sich aus hinzuweisen. Selbst man dazu jedoch die einzig vertreten sollte, dass gegebenenfalls ein Hinweis hätte erteilt werden solle, so recht werde dies für sich genommen keinesfalls den gestellten Gefangenheitsantrag. Es ist nämlich nicht ansatzweise ersichtlich, dass dieser Hinweis unterlassen worden wäre, um der Angeklagte die Verteilung zu erschweren. So musste die Angeklagte also ohne jegliche Kenntnis der Akte und dem, was ihr vorgeworfen wird, irgendwie durch diesen Prozess kommen. Aber nicht nur mit ihr legte sich Richter Witzel an, sondern auch mit dem Publikum. Zwischenruf oder Anmerkungen während Hauptverhandlungen wir passen nicht in die Hauptverhandlungen. Interessant auch die Rolle des Staatsanwalts Goertz. Der pöbelte gegen das Publikum, redete dem Richter dabei einfach rein, unterbrach diesen, wurde aber nicht ein einziges Mal von dem ermahnt. Dieses gesamte Vorgeplänkel nahm über die Hälfte der gesamten Verfahrensdauer ein. Danach ging alles schnell. Denn der Befangenheitsantrag war das erste und letzte, was die Angeklagte im Einklang mit der Strafprozessordnung vortragen konnte. Minute für Minute steigerte sich der Richter bei der Verweigerung von Beschuldigten Rechten, bis am Ende nicht einmal mehr Plädoyer und letztes Wort möglich waren. Doch so weit sind wir Angeklagt Dann folgt eine bemerkenswerte Passage, die zeigt, dass Richter Witzel auch insgesamt ein ziemlich arroganter Mensch ist. Die Angeklagte hatte Fahrtkosten beantragt, weil sie entsprechend wenig Einkommen hat. Das steht ihr auch zu und das hat das Amtsgericht Kerpen auch nie bezweifelt, aber behauptet, das Geld würde durch das örtliche Amtsgericht ausgezahlt, wo die Angeklagte wohnt. Die dort waren dann allerdings ziemlich verwundert darüber und so bekam die Angeklagte gar kein Geld. Richter Witzel machte darüber in der Verhandlung dann eine ziemlich spöttische Bemerkung über das Amtsgericht, was genau richtig handelte, denn das wäre eigentlich alles sein Job gewesen. Dann fiel Richter Witzel immerhin wieder ein, dass die Angeklagte auch mal was sagen dürfte. Vielleicht hätte es die Angeklagte genießen sollen, denn es war das letzte Mal, dass der Richter sich hinsichtlich der Mitspracherechte der Angeklagten an die Strafprozessordnung halten sollte. Die Angeklagte aber, strafrechtlich und taktisch völlig richtig, verweigerte die Aussage und die Einlassung an dieser Stelle und wollte einen Antrag stellen. Doch das ließ der Richter gar nicht mehr zu. Nein, ich habe zuerst den Moment, ich hätte einen Antrag. Ja, krass, aber erst mal, ob Sie sich dazu äußern. Keine Einlassung zu machen. Keine Einlassung. Dann rieche ich erst mal einen Zeugen auf. Dem Publikum fiel es auf, dass der Richter den Antrag einfach überging. Aber Richter Witzel hatte jetzt keine Lust mehr. Er eskalierte die Situation. Das ist ja noch ein Antrag. So, jetzt ist Schluss. Den Herrn mit der grünen Jacke, den bitte ich dem Gerichtssatz zu verlassen. Da fahren wir auf 177 GVB fest das zu. Ich hatte Sie mehrfach noch hingewiesen. Ich hatte Sie noch mal dazu gestorben, werde ich Sie das alles verweisen. Ich kann auch noch zu weiteren Maßnahmen greifen. Ich würde aber jetzt nicht eskalieren lassen. Ich würde Sie jetzt mal bitten, den Gerichtssatz zu verweisen. Verlass. Wenn es eine Bitte ist, kann ich nur noch sagen, nee. Und wenn es gegen das Publikum geht, ist natürlich auch gleich wieder der Staatsanwalt dabei. Mit entsprechenden Drohungen. Und lustig, der Richter plappert den Satz genau nach. Dann wird es gemeint. Dann wird es... Was der Staatsanwalt darf, das ständig hineinpöbeln, auch in die Worte des Richters, das darf das Publikum natürlich nicht. Und so eskaliert der Richter die Lage erneut. Verbunden mit einer sehr merkwürdigen Idee. Er hätte plötzlich eine Fürsorgepflicht für den pöbelnden Staatsanwalt. Sind Sie das eigentlich immer? Was auch, ich werde das anregen. So, und ich werde, ich melde mich auch auf, ich habe auch eine Fürsorgepflicht für diese Seite. Und um Ihre Frage zu beantworten, das war nur für Höflichkeit. Ich meine letztendlich, Sie haben den Saal zu verlassen bekommen. Dann kann ich, also dann finde ich die Höflichkeit aber auch nicht gerade ehrlich, muss ich sagen. Das mag so sein. Das ist doch so, wie ich meine. So, gehen Sie jetzt raus oder muss ich Sie von den Wachmeistern rausnehmen? Das ist aber nicht geduldet. Bringen Sie den Herrn bitte raus, dann nehmen Sie ihn raus. Sonst müssen Sie gewaltig sein. Ja, ich würde sagen, was habe ich gesagt. Ja, dann... Ja, dann... Wenn Sie nicht kommen, müssen ungefahren Zwang anmelden. Wissen Sie, Sie sind ja schon geläht. So, was schadenskissen ist. Ja, irgendwie... Nein, das ist nicht nur was. Ja, möchtest du mich dann? Ja, jetzt bitte ich Sie nur mal heilbringlich, meinem, wenn das auch was bitte formuliert ist, nachzukommen. Das ist nicht ruhig zu verhalten. Jedenfalls, ich gebe mir die Mühe, mich auch sachlich mit den Dingen auseinanderzusetzen, aber ich muss auch irgendwie rufen, dass ich hier an meiner Hauptfrage auch einigermaßen Geräusch und zugegeben herbringe. Die Angeklagte mischte sich in den Streit der Robenträgis mit dem Publikum leider nicht ein. Dabei bietet gerade das Zusammenspiel der formal Prozessbeteiligten mit aktiven Zuhöreris eine gute Chance. Denn unter dem Druck der ja von Seiten der Angeklagten und ihrer möglichen Verteidigis ja zulässigen Redebeiträge, Fragen, Rügen und Anträge, wäre es für richtig und Staatsanwalti nicht so einfach, Störungen zu verhindern oder zu ahnden. Zudem kann das Publikum auch schlau vorgehen und verschiedene Rollen einnehmen, von wissbegierig, nachfragend, übertheatralisch, klamaukig bis zu Sympathisantis der Justiz, die das Gericht zu Härte auffordern und mit ihren scheinbaren Gegnis im Publikum zu diskutieren beginnen. Versucht das Gericht, Einzelpersonen dafür zu bestrafen, kann die ja Angeklagte wiederum mit formalen Beiträgen reagieren oder einfach nur das vorherige Prozessgeschehen fortführen. Zurück zum Prozess in Kerpen. Nach der Strafprozessordnung folgt dort nun das Kernstück einer jeden Gerichtsverhandlung, die Beweisaufnahme. Hier wird versucht, die Sachlage zu klären, mithilfe von sogenannten Beweismitteln. Das können Filme oder Videos, Beweisstücke wie Tatwaffen und Hilfsmittel sein, aber auch Gutachten über Spuren. Das häufigste Beweismittel sind jedoch Zeugis, so auch hier. Um Beweismittel richtig werten und zum Beispiel Fragen an Zeugis stellen zu können, ist die Akteneinsicht besonders wichtig. Daher versuchte es die Angeklagte noch einmal. Schließlich hatte das Gericht ja selbst gesagt, dass sie Abschriften, also Kopien, hätte bekommen können. Das ist zwar auch schon rechtswidrig, aber jetzt kam es noch besser. Richterwitze fegte alles formal vom Tisch. Die Angeklagte dürfe gar keine Anträge stellen. Das sei alles nur Gnade des Richters und wenn er keine Anträge entgegennehmen will, dann muss er es auch nicht. Deutlicher kann man es nicht ausdrücken, dass man sich für die Strafprozessordnung einen feuchten Kehrig interessiert. Jetzt holt man den Zeugen. Ich hätte einen Antrag. Ja, ich entscheide, ob ich einen Gegend nach dem Verantragung. Sie können ihn zum Schluss darauf halten. Ja, ich werde trotzdem erst mal den Zeugen jetzt einfragen. Ganz locker ließ die Angeklagte aber noch nicht. Nutzen tat es aber nichts. Den Antrag, dass Sie, wenn ich schon in Akteneinsicht drücke, Abschrift drücken, woher soll ich sonst wissen, was Sie hier konkret vorkommen haben? Ja, das hat Ihnen gerade vorgelesen. Sie haben vorgelesen, dass Sie keine Akteneinsicht drücken. Also, die Gegenstand der Frage, ob Akten sein wird, ist jetzt erst mal nicht. Das ist mit dir, und das ist nicht weiter aus. Jetzt, Sie hören sich den Vorruf an, das hat Herr Staatsanwalt vorgelesen. Jetzt können Sie zu dem Sachverhalt gleich Stellung nehmen. So, eine bemerkenswerte Formulierung. Der Richter ist wirklich der Auffassung, dass das Verlesen des Strafbefehls als Kenntnis der Sachlage für eine Angeklagte ausreichen soll. Und außerdem sagt er jetzt auch noch einmal, dass die Stellung nehmen kann. Allerdings tatsächlich ruft er als allernächstes sofort die Zeugen auf. Anträge stellen geht bei diesem Richter ja sowieso gar nicht. Insofern kann die Angeklagte weder irgendetwas über den Sachverhalt wissen, außer dem Strafbefehlstext, noch kann sie in das Geschehen eingreifen. Auch das Kerpener Landrecht. Die Vernehmung der Zeugen ergab eigentlich ziemlich wenig. Kein einziger der Zeugen und Zeuginnen war zu dem Zeitpunkt, als die Angeklagte vermeintlich in das Haus gegangen sei, überhaupt da. An keiner Stelle des Gerichtsverfahrens wurde festgestellt, wie die Lage eigentlich war, als die Angeklagte das Haus betreten haben soll. Die Zeugen konnten nur ganz allgemeine Sachen sagen. Zum Beispiel einer der Polizeibeamten als Zeuge. Der Preis hat erklärt, dass dieses Haus im Allein-Einbruch RWE besteht, dass die Unbruch ein Träger erfolgt sind und dass dieses Haus wegen Unbruch die Betreten gesichert worden sei im Vorfeld, weil es ein Buch von RWE und auch geboren worden sein muss von den Personen, die es jetzt erwähnt haben, für die Aufmerksamkeit haben. Einige Bemerkungen brachten das Publikum zum Schmunzeln und sofort rastete der Richter wieder aus, denn das geht nicht. Die Öffentlichkeit ist nur zum Zugucken da und hat keine Regungen zu machen. Oh nein. Zum ganz einfachen Brechen. Ich darf es letztmal nicht. Ich meine mit dazwischenreden und auch solches wie Gelächter und sowas unter dem Westen. Ich bitte davon Abstand zu nehmen, sonst werden sie beide dann auch noch entfernt aus der Sitzung. Immer wieder erwähnte der Polizeibeamte einen Herrn Preiß. Der sei derjenige gewesen, der die Anweisungen erteilt hätte, der den Strafantrag unterzeichnet hätte und auf dessen Basis die ganze Aktion der Polizei basiert hätte. Nur, der Herr Preiß war irgendein Sicherheitsbeamter, der hatte überhaupt nichts zu sagen und konnte die RWE gar nicht vertreten. Das war vor Gericht durchaus bekannt, aber wen interessiert das, wenn man verurteilen will? Der Preiß erklärt, dass sie berechtigt eine Strafung für die Unterstärkscheidung und ich stellte diesen auf. Wir saßen, dass wir unsere Aussage schon gelegt haben, hier von einer Strafzeit auszugehen. Das Einzige, was die Zeugen und Zeuginnen berichten konnten, war, wie das Geschehen vor dem Haus aussah. Wir haben vor dem Haus eine Durchschnittsgruppe und unsere Sohne getroffen, Männer, Frauen und ich sage, auch viele, die die Akten nicht verheirten, die an der Beziehung nachkamen. Also aus der Entfernung ließ sich das Treiben auf der Straße eher in der Eimach in der Eimachung einschätzen. Das war Treiben auf der Straße und das muss nicht erscheinen. Damit blieb die Frage offen, wie eigentlich bei dem Zeitpunkt, als das Geschehen im Haus anfing, das Haus beschaffen war und ob man hätte erkennen können, dass man dort nicht reingehen darf. Genau das wollte die Angeklagte dann auch wissen von dem Zeugen. Aber auch hier verwies er wieder nur auf den ominösen Herrn Preiß und sonst gar nichts. Ich frage mich jetzt nach Bord, wie man sonst erkennen hätte können, wenn da eben Leute aus und ein gehen und so weiter, wie man erkennen hätte können, dass das nicht gewollt ist. Es gibt einen, 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 dieses Haus hat leer zu sein, das Haus war verschlossen und personenfrei, da sind die Leute, die gehören gar nicht hin. Diesen Gehen und diesen Willen dafür. so und das ist das nächste, was er gründet genug, um zu sagen, ich habe den anderen Leute in der Strafwass mit einem Haus schwingen, und dann schreibe ich einen, nachdem die Begründung die Voraussetzung, wie der Strafwass auch gegeben hat. Und als die Angeklagte dann noch ein zweites Mal genauer nachfragte, war es dann dem Richter schon wieder zu viel. Er unterbrach die Angeklagte, die Frage musste nicht beantwortet werden und der Richter stellte selber fest, wenn der irgendein Sicherheitsbeamter der Polizei sagt, die dürfen da nicht rein, dann gilt das und dann ist es so, als hätten auch die, die da drin sind, das schon mitgekriegt, denn tatsächlich hat der Herr Preis mit denen, die im Haus waren, nie geredet. Das hatte er auch selber als Zeuge so gesagt. Fürs Gericht ist das aber egal, ein Security, sagt der Polizei, das und das und das ist damit geltendes Recht. Wenn man jetzt zu dem Haus hinkam und merkt, okay, da sind viele Leute, ich weiß nicht, wie haben sie die Leute geschrieben, habe ich jetzt vergessen, welchen Eindruck sie hatten, dass da ein paar Leute stehen, die da irgendwie im Kunststück aus und ein und wie auch immer und trotzdem, wie man wissen kann, dass es nicht gewünscht ist und dass Besitzer... Und auch bei der nächsten Frage unterbricht sofort der Richter und sorgt dafür, dass sie nicht beantwortet wird. Wie waren die Vorgehensweise? Also sie kamen da an, haben die Leute einen Platzverweis geschickt und wie ging es dann weiter? Das hat ja auch schon alles geschildert. Sie müssen dann auch zuhören, weil sie schon noch geht zu machen. Das Fragerecht bei Vernehmungen ist von großer Bedeutung und in der Strafprozessordnung auch gesichert. Daher hätte es sich gelohnt, darum zu kämpfen. Das Mindeste ist, das Verbot von Fragen ins Protokoll zu bringen. Dazu hilft, ein paar Kopien dabei zu haben, um eine Frage schriftlich zu stellen und über das Verbot einen Gerichtsbeschluss zu verlangen. Im Kärtner Gerichtssaal erfolgte das nicht, obwohl die Frage, wie denn die Anfangssituation aussah, für die Tatbestandsmerkmale des Hausfriedensbruchs von zentraler Bedeutung ist. Stattdessen unterlief dem Richter bei der erneuten Zurückweisung ein bemerkenswerter Versprecher. Er hat geschildert, er ist angekommen, da befand sich eine größere Menge vom Haus. Einer stand auf und meinte, es müsse eine Ansprache kommen. Das hat er dann gemacht. Er hat einen Platzverwaschel und hat ihm bis keiner nachgekommen. Dann ist man hinten ins Haus und hat schließlich dort sieben Personen angetroffen, unter anderem Ihre Wenigkeit. Ähm, wie bitte? Was sagt der Richter da zur Angeklagten? Ihre Wenigkeit? Das war wohl ein freudscher Versprecher. Aber halt für einen unaufmerksamen, arroganten Richter auch nicht so ganz untypisch. Das hören wir uns doch nochmal an und dann weiter. Unter anderem Ihre Wenigkeit, Personalien festgestellt und die ganze Zeit ungefähr drei Stunden gedauert. Die Fragen haben ja schon alle beantwortet. Eine weitere, auch bei Ihren Fragen sind unzulässige Fragen. Dann kommt es zu einer bemerkenswerten Situation. Die Angeklagte forderte noch einmal Akteneinsicht, weil sie gar keine Ahnung hatte, was hinter dem Ganzen steckt. Und jetzt behaupten Richter unterstützt wieder von dem Staatsanwalt, dass sie auch keine weiteren Informationen hätten und dass in den Akten überhaupt keine Sachen gewesen wären, die über die Abläufe Bescheid gegeben hätten. Das aber war eine Lüge. Andere hatten längst reingeguckt in die Akte und dort waren einige Vermerke drin. Richter und Staatsanwalt belogen die Angeklagte wissentlich. Und ebenfalls ist wieder gut zu erkennen, der Richter plappert nach, was der Staatsanwalt vorgibt. Die Akten, das, was er gesagt hat, steht nicht auch nicht in den Akten drin. Das höre ich genauso, wie Sie das erste Mal. Das ist hier das Mündlichkeitsprinzip. Deshalb gilt hier das Prinzip der Mündlichkeit. Das steht von der Akte nicht von dem, wie er das heute geschildert hat. Also da brauchen Sie keine Sorgen machen. Ich habe da kein Wissensvorschlag. Ich höre das das erste Mal, was er hier sagt. Das war natürlich Unsinn. Musik Die Kenntnis der Gerichtsakte ist von zentraler Bedeutung. Die geladenen Zeugies sind in der Regel bereits von der Polizei oder auch von der Staatsanwaltschaft vernommen worden oder haben sie schriftlich geäußert. Bei Aktenkenntnis kann verglichen werden, was diese dort gesagt haben. Zudem sind der Text der Anzeige, zusammenfassende Berichte der ermittelnden Polizei, sowie oft Fotos, Zeichnungen und mehr in der Akte. Für jede Form der Verteidigung ist die Akte unersetzlich. Wer da nicht reinguckt, hat eigentlich schon verloren. Nun wieder zurück zum Prozess und der Märchenstunde über den Akteninhalt. Nach dieser glatten Lüge stellt der Richter aber immerhin fest, was kein Zeuge sagen konnte, nämlich wie eigentlich die Menschen ins Haus gekommen sind und wie es zu dem Zeitpunkt dort aussah. Nee, das ist jetzt in der Zeit wiederum noch. Ich bin recht. Den Anfang hat er immer als er geschildert hat und aus dem Hübschern hat er gesagt, ich bin reingegangen und nachher haben wir von meinem Schieber im Wohnzimmer sieben Leute getroffen. Der gibt sich zwacklos, dass er nicht gesehen hat, wie in die vorher reingegangen sind. Das hat er auch gesagt. Also er hat nicht gesehen, wie sie reingegangen sind. Doch die Erkenntnis nützte nichts. Den Richter interessierte das überhaupt nicht und es wurde nie ein Zeuge oder Zeugin herbeigeschafft, die das noch bezeugen konnte, wie es am Anfang aussah. Danach der nächste Rechtsfehler des Richters. Kaum war der eine Zeuge entlassen, wurde die nächste Zeugin vorgerufen. Eigentlich nach § 257 Strafprozessordnung hätte die angeklagte Stellung beziehen müssen, zu der Vernehmung der Zeugin. Aber das interessierte den Richter erneut einen feuchten Kehricht. Das Recht galt für ihn nicht. Jut, da gab ich Ihnen gleich bedanken, dass wir die Begründung auf die Rechte ausladen. Da gab ich, da würde ich für die Rechte platzen. Dann bitten Sie bitte Ihren Kollegen rein. Inzwischen war die Angeklagte völlig eingeschüchtert und stellte gar keine Fragen mehr. Aber sie wollte immer noch ihren Antrag stellen, den sie bisher nicht stellen durfte. Und auch diesmal wies der Richter das ab. Als das Publikum intervenierte, gab es sofort die nächsten Rauswürfe. Aber auch diesmal war der Rauswurf wieder nicht ganz so einfach. Und wieder ist es der Staatsanwalt, der als Schafmacher eingreift, obwohl er Sitzungspolizeilich gar nichts zu sagen hat. Nur der Richter, der lässt sich vor diesem Schafmacher-Staatsanwalt ziemlich viel sagen. Und jetzt ist Schluss. Bringen Sie den Herrn mit dem Haus. Ja, die kommen. Ja, Sie werden Ihr Kettenverlantrecht wieder gewaltsam durchsetzen müssen. Nein, es gibt Spielregeln. Die Spielregeln... Die machen nicht Sie. Und Sie müssen sowieso ständig rausfliegen, weil Sie ständig dazwischen gehen. Ich bin sehr gerne in den Störern, wirklich rauszufliegen. Ja. Es ist ja klar, dass Sie das wollen. Das ist Ihr Spiel, sich nicht ans Recht zu halten. Nach einer kurzen rabiaten Phase ging der des Feldes verwiesene Zuschauer schließlich aber nicht, ohne dem Gericht noch einen Spruch zu hinterlassen. So, dann nehmen wir das bitte auf. Der... Der muss die Personale feststellen. Rechtsfreude, kriminelle Vereinigungen. An Straftatenstab. Nein, nein, nein. Hier, Herr Arzt. Der Beinz, 80 GVG wird das jetzt förmlich ins Protokoll aufgenommen. Also, ich muss nicht gehalten, Straftaten im Zusammenhang oder während der Aufbereitung auftreten, förmlich zu protokollieren. Und der Hinweis, ich solle mit meiner Rechtsfolge vorfahren und die seine kriminelle Vereinigung stellt, auf jeden Fall den klar Bestand der Beleidigung dar. Und deshalb möchte ich das jetzt so förmlich aufreden. Also, Frage 183, wird eine Straftat, die wird jetzt begann, und das Gericht den Datenstand festzustellen. Und der zuständige Hörer, das darüber aufhören, und dort kommen wir zum Tabletten. Bitte vor allem es auf. Der vom Zeugen Blum, Entschuldigung, der dem Zeugen Blum, der namensig bekannte Zuhörer, Komma, Georg Bergstedt, Komma, Geboren am 27. 1964, Anschrift Ludwigstraße 11, in 3, 5, 4, 4, 7, Reiskirchen, in 3, hat, nachdem das Gericht ihn wegen mehrfachens dazwischenredens gemäß § 177 dvg des Sitzungszahles verwiesen hat, 177 dvg des Sitzungszahles verwiesen hat, und beim Aus führen durch die Wachtmeister des Amts Kärten sinngemäß folgende Äußerung gemacht noch im Absatz Ein schönes Wochenende, viel Spaß bei der Rechtsbeugung, Komma, kriminelle Vereinigung, Absatz Diese Äußerung erfüllt den Tagbestand, zumindest den Tagbestand der Beleidigung nach § 185 StGB Das Gericht in Person des zuständigen Richters fühlt sich durch diese Äußerung auch in seiner Ehre getränkt. Ein solches Manöver soll einschüchtern, und Richter Witzel wird sich sicher gefühlt haben, als er diese Zeilen ins Protokoll diktierte. Doch was er übersah, war sein Rollenwechsel. Durch diese Strafanzeige begab er sich nämlich nun selbst in die Rolle des Zeugen, und der hier dokumentierte Prozessverlauf zeigt ja, welch schwache Position das ist. Der einer Beleidigung bezichtigte, des Saales verwiesene Ex-Zuschauer ist nämlich geübter Selbst- und Laienverteidiger. Folglich schuf Witzel mit seiner Anzeige eine Bühne, sein widerliches und rechtswidriges Verhalten öffentlich zu diskutieren. Der politische Sinn offensiver Prozessführung und ihr Schutz vor Strafe konnten sich entfalten. Das geschah auch, mit dem Ergebnis, dass Witzel am Ende klein beigeben musste. Aber dazu später. Ansonsten ging es im Gerichtsprozess weiter wie bisher. Wieder nach der letzten Zeugenvernehmung versuchte die Angeklagte einen Antrag zu stellen und wieder durfte sie nicht. Und diesmal formulierte der Richter sogar sehr eindeutig, sie dürfe erst nach der Beweisaufnahme Anträge stellen. Ein sehr interessanter Umgang mit dem Beweisantrags- und überhaupt Antragsrecht einer Angeklagten. Also das ist schon ein bemerkenswerter Vorgang. Eine Angeklagte fragt, wann sie endlich einen Antrag stellen darf und der Richter antwortet wenn die Beweisaufnahme beendet ist also erst nach der Beweisaufnahme während der Beweisaufnahme darf eine Angeklagte also bei Herrn Witzel keinen Antrag stellen Unglaublich so unglaublich dass wir uns diesen Satz des Richters nochmal im Original anhören Erst als alle Zeuginnen und Zeugen durch waren durfte dann auch die Angeklagte mal was beantragen Vorher aber gab es eine Pause und in dieser führten die Justizbediensteten ein ernstes Gespräch über was den Kölner Fußballer Podolski und die Fußball Weltmeisterschaft Ich hoffe der bleibt egal nicht dass er unter den sieben ist die noch ausschmeißt oder Wolski er hat jetzt 30 nominiert unter anderem mit Kölni und sieben fliegen ja noch raus ich glaube nicht ja nimmt er den mit oder gibt er nicht mit ich tausche den mit da ist auch noch ein bisschen weil er schon vor 100 Einsätze hat in der national ja ein paar erfahrene überhaupt ich meine seine Leistung selbst schafft die nachdem dieses wichtige problem geklärt wurde ging es dann noch ein bisschen wenigstens in der beweisaufnahme weiter und tatsächlich wurde mal etwas erörtert was relevant ist für den Haus Friedensbruch denn sowohl ein Zeuge wie auch die Angeklagte über einen Beweisantrag doch am Ende brachten Bilder ein auf denen zu sehen war dass ein Workshop bei dem die Zeuginnen ja auch die Angeklagte beobachtet hatten für das Haus angekündigt war und sogar an dem Haus ausgeschildert wurde sodass die Angeklagte in der Tat annehmen konnte hier dieses Haus könne sie betreten der 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 Richter nahm diese Fotos dann in Augenschein und versuchte die Schrift zu lesen was ihm offenbar schwer fiel Workshop macht 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 Umwelt kaputt also macht Umwelt kaputt im Garten damit wäre der ganze Anklagevorwurf eigentlich zusammengebrochen doch Richter Witzel denkt ein bisschen nach und er findet völlig frei ohne jegliche Beweisführung eine Ausrede warum das alles nicht gilt nämlich dass das erst hinterher angeschrieben worden wäre Das sind Bilder die sind gemacht worden nachdem das Haus schon geräumt war Nein Nein Da sind doch noch drin Wegen der Wetter Ja das wird gerade geäumt Das heißt aber es sagt nichts über den Zuschlag aus zum Zeitpunkt des Betretens wo es ja vorher gewesen So geht Beweisführung nach dem Kärtner Landrecht Was nicht in den Kram passt kann auch nicht sein Doch diesmal passte die Angeklagte auf Sprach's und sollte diesen Vorgang nie wieder erwähnen weder im Verlauf des Prozesses noch im Urteil Was nicht passt wird passend gemacht oder unter den Tisch gekehrt Die Angeklagte unterbrach sie konnte sich nur noch zu gut erinnern dass der Richter versprochen hatte dass sie nach dem Ende Beweis Aufnahme endlich ihren Antrag stellen durfte den sie schon am Anfang des Gerichts prozesses gerne gestellt hätte wie im Hintergrund an dem klappern zu hören ist tippt die protokoll kraft mit das ist von entscheidender bedeutung denn später wird dieser vorgang aus dem protokoll rausgradiert werden das dürfte absichtlich passiert sein weil es sich um einen revisions erheblichen Vorgang handelt jetzt zeigt Trichterwitzel was er an Rechtsbeugung so drauf hat er wird erstens die Angeklagte den Antrag gar nicht zu Ende vorlesen lassen sie unterbrechen und dann den Antrag vollkommen absurd als Beweis Ermittlungsantrag ablehnen obwohl es ja ein Antrag auf Pause für die Akteneinsicht ist also völlig wirr das ganze man kann schon fragen welche Mittel der Richter eigentlich einwirft und dann wird er den ganzen Vorgang später im Protokoll raus manipulieren das Protokoll wird nachträglich gefälscht werden und der gesamte Vorgang wird Ja okay den Antrag werde ich gemäß 244 aber zwei StPO als Beweis Antrag im engeren Sinne nicht wählen das ist Beweis Ermittlungsansatz das ist meine Entscheidung Die Angeklagte protestierte, dass sie nicht mal so etwas einbringen konnte und keine Chance mehr hatte, irgendwie auf das Verfahren Einfluss zu nehmen. Doch der Richter blieb hart und wiederholte seinen Unsinn nur ständig wieder. Also wohlgemerkt, es war eindeutig formuliert als Antrag auf eine Unterbrechung zum Zwecke der Akteinsicht und der Vorbereitung von Beweisanträgen. Aber der Richter entdeckte darin einen Beweisermittlungsantrag, wie auch immer er darauf kam. Sein Ziel hingegen war deutlich zu erkennen. Er wollte einfach den Prozess abbrechen und verurteilen. Und so lehnte er nicht nur diesen Antrag ab, sondern bat auch sofort um das Plädoyer. Nichts wurde mehr gefragt, keine Chance irgendeinen Antrag zu stellen, einfach sofort das Plädoyer des Staatsanwaltes. Ja, ich habe jetzt keinen Beweisermittlungsanwalt, kein Beweisantrag. Keiner der Zeugen hat mir nachweisen können. Dann ist das Kürze im Rahmen Ihres Schlusswortes. Sie haben ja das Recht des letzten Wortes. Sie können gerne gleich noch Ausführungen machen. So wie ich es in der Beweisaufnahme habe, jetzt bitte ich den Herrn Jörg. Der Staatsanwalt selbst hat aber zunächst auch eine sehr abstruse Belehrung erstmal für die Angeklagte übrig. Statt zu plädieren, erzählte er ihr, dass man Beweisanträge auch noch bis zum Urteil stellen könne. Das ist zwar formal richtig, aber offensichtlich ist die Beweisaufnahme überhaupt nicht für sowas da, meinten alle Ruhmträger. Das geht nicht durch. Sie können sogar noch bei größter Verkündungsurteil des Kürzei Beweisanträge stellen. Keine Pause, keine Akteneinsicht, keine Anträge stellen dürfen, Pausenanträge als Beweisermittlungsanträge umdeuten, keine Chance für die Angeklagte. Und so kam als nächstes das Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Darin glatte Lügen. Von den Sorgen hat niemand das Wort Workshop in den Mund genommen. Vor diesem Hintergrund beantrage ich daher die Angeklagte zu einer Geldstrafe von 15 Tagen setzen, sie jeweils 10 Euro kostenpflichtig zu verurteilen. Dann eine großzügige Geste des Richters. Die Angeklagte darf jetzt auch mal was sagen. Na so etwas und das im Amtsgericht Kerpen. Die Angeklagte konnte ihr Glück offensichtlich kaum fassen. Aber sie hatte in der Zwischenzeit unter Mithilfe von Leuten aus dem Publikum einen Befangenheitsantrag vorbereitet, weil es unerträglich war, dass sie nicht einmal eine Pause bekam, um Akteneinsicht zu nehmen, Akten zu studieren oder Anträge zu stellen. Das ging ihr dann doch zu weit. Und so, als sie nun endlich mal reden durfte, las sie diesen Befangenheitsantrag vor. Doch es gab keine Chance mehr. Der Befangenheitsantrag wurde überhaupt nicht mehr behandelt. Er wurde von Richter Witze als unzulässig in seiner eigenen Person abgelehnt. Das heißt, der als Befangen erklärte Richter lehnte selber einen Antrag ab als unzulässig. Sein Trick, weil zunächst in diesem Antrag, weil er eben vom Publikum als Unterstützung auch mitentwickelt wurde, ein anderer Name stand, fand er, dass der ganze Antrag unzulässig sei. Sich inhaltlich mit dem Antrag beschäftigt, hat sich das Gericht nie. Herr Kölz, können Sie sehen, der Bestand des Namen von Zell ist einfach meiner eingetragen. Und alles wird aus dem Schubplan herausgezogen und wird einfach der Name des Gerichter- und Richters mit abgeändert. Und daraus ergibt sich für mich ohne weiteres, dass es ein Antrag ist, der vorformuliert worden ist und der keinen Bezug hat zu Geschehnissen in der Auffallung des Richter- und Unzulässig zu machen. Damit diktierte der Richter seinen Beschluss ins Protokoll. Dort wird auch heftig mitgetippt. Aber wer sich dann das spätere Protokoll anguckt, sieht, dass der Wortlaut des Beschlusses dort ganz anders ist. Wer hat denn dort nachträglich das Protokoll überarbeitet? Der Antrag, auch wegen Besorgnis der Befangenheit, den richtig vorsichtigsten Richter abzulehnen, ist aufgrund seiner äußeren Erscheinungsform vorbereitend und wahrnimmt für die Kollegin Peter Zell. Absatz, das Gericht hält den Antrag daher für unzulässig, mit ihm wird der Antrag dazu gelegt. Ohne dass noch irgendetwas anderes dann geredet wird, geschieht etwas sehr Bemerkenswertes. Der Richter steht auf und will sein Urteil verlesen. Eigentlich sollte die Angeklagte gerade ihr Plädoyer halten. Auch ein letztes Wort hat es gar nicht gegeben. Die Angeklagte hat einen Befangenheitsantrag eingereicht, der abgelehnt wurde. Mehr ist nicht passiert. Kein Plädoyer, kein letztes Wort, aber der Richter steht auf und fängt an, sein Urteil zu verlesen. So, dann stehen Sie bitte auf. Ne, jetzt stehen Sie bitte auf. Weitere Anbränge nehme ich jetzt nicht hier. Ne, jetzt ist Schluss. Unfassbar. Aber die Angeklagte wehrt sich und weist auf das fehlende letzte Wort hin. Ich hatte ja auch das letzte Wort hin. Doch der Richter findet einen Befangenheitsantrag. Das war das letzte Wort. Und das Plädoyer, sowieso geschenkt, findet gar nicht erst statt. Und wieder der Staatsanwalt als Teil dieser Rechtsbeugerseilschaft findet das auch. Sie hat ein letztes Wort gehabt, weil sie hat einen Befangenheitsantrag gestellt. Das ist doch nicht mein letztes Wort. Das ist doch nicht mein letztes Wort. Dann steigert sich die Absurdität noch weiter. Der Richter merkt, dass er wohl irgendwas falsch gemacht hat und sagt, na gut, dann machen Sie jetzt halt ihr letztes Wort. Wohlgemerkt, nachdem er schon angefangen hatte, das Urteil zu verlesen, wird jetzt das letzte Wort von der Angeklagten vorgebracht. Also erst das Urteil, dann das letzte Wort. Na gut, dann. Doch die Angeklagte kann und will das nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln, sondern möchte eine kleine Pause haben, um sich vorzubereiten. Auch das eindeutig ihr gutes Recht, nur nicht vor dem Kärtner Amtsgericht. Und wieder wird es auch zu einer Sternstunde der Aggressivität des Staatsanwalts, der den Richter mehrfach unterbricht, ohne auch nur ein einziges Mal zurechtgewiesen zu werden. Rubenträger untereinander, da hackt die eine Krähe der anderen kein Auge aus. Ich bräuchte nur mal eine Pause. Nee, wir haben schon eine Pause. Vor nicht mal eine halbe Stunde. Gehen Sie bitte vor. Das ist bis 8 Minuten vor 4. Entschuldigung, ist es in der Zwischenzeit einiges passiert? Ja, es ist bis 8 Minuten. Sie haben eine Pause gemacht. Sie haben Gelegenheit gemacht, sich intensiv zu äußern. Sie haben bis 5, 6 Anträge gestellt. Jetzt können Sie sich zu den Sachverhaltungen. Nein, ich sage nur, Sie haben genug Gelegenheit. Eine Pause brauchen wir nicht noch. Wir haben genug Pause gemacht. Nein, also nachdem was vorgefallen ist, brauche ich nur mal eine Pause. Nein, ich lehne das ab. Eine weite Pause, bitte gehe ich Ihnen nicht zu. Ham, so. Möchtest du sonst noch was sagen? Ja. Ja, ich hätte trotzdem gebraucht die Pause. Die Käse danach macht der Opfer dann zur Pause in Luft. Welch eine unglaubliche Aneinanderreihung von Unverschämtheiten. Unverschämtheiten. Da behauptet der Richter doch glatt, die Angeklagte hätte genug Möglichkeiten gehabt, sich zu äußern, obwohl er ihr ständig selbst Anträge verboten hat. Keine Chance hat sie jemals gehabt, sich in den Prozess einzubringen. Und dann haut er den Satz raus, dass sie keine Pause brauchte, weil sie nach dem Prozess noch genug Zeit hätte. Und so verlas dann der Richter sein Urteil, jetzt ganz offiziell, ohne Plädoyer und ohne letztes Wort der Angeklagten. Aber er verlas es auch noch in einer bemerkenswerten Art und Weise. Im Vergleich, nämlich mit dem schriftlichen Urteil und auch mit der Anklage, verurteilte er die Angeklagte für eine ganz andere Tat. Offensichtlich war der Richter im völlig falschen Prozess oder war nicht bei Sinn. Das war die letzte Gemeinheit. Denn 15 Tagessätze bedeutet, dass eine Berufung, das heißt eine Wiederholung der Hauptverhandlung in zweiter Instanz, nur auf Antrag möglich ist und abgelehnt werden kann. Dann wäre der Pseudoprozess des Herrn Witzel schon das Ende, sein Urteil rechtskräftig. Doch die Sache kam anders. Mit Unterstützung von LaienverteidigerInnen und AnwältInnen reichte die Angeklagte Revision ein. Dort wurden all die Fehler beschrieben, die in diesem Film vorkommen. Das Oberlandesgericht gab ihr Recht und brachte das Urteil zu Fall. Eine Wiederholung aber scheute das Amtsgericht und stellte das Verfahren auf Staatskosten ein. So wurde aus der anfänglich eher schwachen Selbstverteidigung einer Angeklagten, die sich vom Richter nach dessen eigenen Rechtsgusto in allen Anklagerechten beschneiden ließ, doch noch eine offensive Gegenwehr. Darauf sollte Mensch aber nicht bauen, sondern aus dem Gerichtsverfahren selbst herausholen, was herauszuholen ist. Es geht um Abwehr der Repression und um politische Aktionen, zum Beispiel das Aufdecken von Schlampereien. Wer ein Haus besetzt und dafür vor Gericht kommt, kann dort ihr Hausbesitzer befragen. Wer ein Feld von gentechnischen Pflanzen befreit, kann im Verfahren die Betreiberfirmen aushorchen. Wer für die Blockade eines Kohlezugs oder Kraftwerkes eine Anklage wegen Störung von Betrieben der öffentlichen Daseinsvorsorge kassiert, kann darauf bestehen, dass nachgewiesen wird, dass die blockierte Kohle für die Daseinsvorsorge wirklich nötig ist. Und Behörden, Energiekonzerne und Sachverständige entsprechend befragen. Dafür stehen umfangreiche Rechtsmittel zur Verfügung. Auch wenn, was in der Regel klug ist, die sogenannte Einlassung, also die anfängliche Aussage zur Sache, verweigert wird, gibt es viele Möglichkeiten, politische Positionen zu beziehen und den Prozess mitzugestalten. Nach jeder Beweiserhebung besteht das Äußerungsrecht nach § 257 Strafprozessordnung. Es hat schon Menschen gegeben, die dort längere Ausführungen über die dunkle Geschichte der deutschen Justiz gemacht, aus Texten von Oscar Wilde oder Bert Brecht vorgelesen haben oder dem Publikum jeweils erklärten, warum die Robenträgis gerade so verfahren, wie sie verfahren. Zum Schluss gibt es sowohl die Möglichkeit zum Plädoyer, in der Strafprozessordnung Schlussvortrag genannt, als auch zusätzlich das Recht auf das letzte Wort, welches immer bei dir Angeklagten liegt. Wird eines der Rechte verweigert, sollte es immer noch mal schriftlich beantragt und ein Gerichtsbeschluss gefordert werden, damit sich die Chance auf eine Revision, das heißt die nachträgliche Rechtsfehlerüberprüfung, ergibt. Zentrales Gestaltungsmittel ist immer aber der Beweisantrag, also das, was im Kärtnerprozess der Angeklagten ganz verweigert wurde. Damit lassen sich die inhaltlichen Themen setzen, die in der Verhandlung abgearbeitet werden müssen. Oder der Beweisantrag wird abgelehnt, aber auch das ist dann oft nützlich, wenn der Antrag schlau formuliert wurde. Denn nach § 244 Strafprozessordnung darf das Gericht einen Beweisantrag nicht willkürlich ablehnen, also nicht so, wie es Richter Witzel tat, sondern muss eine der im Gesetz benannten Begründungen wählen. Damit zusammenhängt es noch ein Paragraf, bedeutsam, der selten beachtet wird, aber für eine offensive Prozessführung mit politischem Hintergrund entscheidend ist. Der rechtfertigenden Mutstand, zu finden im Strafgesetzbuch als § 34. Er sagt, dass eine eigentlich strafbare Handlung nicht bestraft wird, wenn damit eine andere, schlimmere Sache abgewendet wird und es kein anderes, milderes Mittel gibt, das zu tun. Selbst wenn das nicht klappt, bleibt die Handlung straffrei, wenn die Handlung hätte passen können. Mit diesem Paragrafen wurde am Ende der Auseinandersetzung um die Agrogentechnik eine Verurteilung der Beteiligten an einer spektakulären Feldbefreiung verhindert. Neben den direkten Aktionen und der tatsächlich ja gelungenen Vertreibung der Agrogentechnik aus der hiesigen Landschaft ein wichtiger Sieg auch im Gerichtssaal. In diesem Film können nicht alle Möglichkeiten der Verteidigung vor Gericht benannt werden. Eine Internetseite und kleine Reader zum Thema bieten mehr Informationen. Besonders empfehlen wir Trainings zur offensiven Prozessführung. Eignet euch das Wissen an, seid klug und frech, helft euch gegenseitig, unter anderem als Laienverteidigers. Und lasst euch von Anwalts- und Rechtshilfeapparaten nicht einschüchtern und zu Zuschauers degradieren. Die meisten von denen wollen eine politische Bewegung aus Avantgarde und dummen Mitlaufenden. Wir wollen das nicht. Dass sich das lohnt, zeigen schon die vergebenen Chancen im beschriebenen Verfahren in Kerpen. Doch das Beste kam erst noch. Sozusagen als Nachtisch und für das Amtsgericht Kerpen als noch größeres Fiasko. Denn mit der Einstellung dieses und auch aller anderen Verfahren um den Mahnheimer Hausfriedensbruch von 2013 war die Sache ja noch nicht vorbei. Es stand ja noch die Strafanzeige von Richter Witzel gegen den kritischen Zuschauer an. Zunächst lief alles wie gewohnt. Vorladung zur Polizei? Nicht hingehen. Anklage und dann der Prozess. Im ersten Anlauf scheiterte der Gans. Die Richterin wollte Richter Witzel als Zeugen schonen, machte im Verfahren weitere Fehler und setzte den Angeklagten mit einem anstehenden weiteren Verfahren unter Zeitdruck. Dies konterte der schließlich mit einem Befangenheitsantrag. Befangenheitsantrag gegen die Richterin Pritzel. Dreimal im Laufe des Verfahrens hat die Richterin Pritzel in der laufenden Verhandlung und völlig sachfremd darauf hingewiesen, dass mein Bestehen auf die formalen Rechte eines Angeklagten, eine andere Person, von der sie mir im ersten Fall direkt unterstellte, dass ich doch auch sicher hoffe, dass diese freikommt, die Freilassung verhindern würde. Dass im zweiten und dritten Fall diese Erörterung sogar über meinen Kopf im Dialog mit dem Publikum geschah und dieses bzw. einzelne Personen daraus gegen mich aufbringen sollte, macht die Sache schlimmer. Eine Richterin, die einen Angeklagten durch öffentliche Aufhetzung und moralische Keule unter Druck zu setzen versucht, keine Beweisanträge zu stellen, ist befangen. Nach einer Pause verkündete Amtsgerichtsdirektor Rau das Ergebnis. Die Richterin musste ihren Platz räumen und die Verhandlung wiederholt werden. Im zweiten Anlauf, vor dem nächsten Richter, musste dessen Kollege Witzel dann antanzen. So, dann setzen wir jetzt noch in Behandlung mit der Polizei und das Richter, das Amtsgericht Witzel. Ich muss zunächst den Personal aufnehmen. Der Vorname lautet? Wolfgang. Wie alt? Fast zwei Stunden quälte ihn der Angeklagte mit unangenehmen Nachfragen nach dem, was am 9.04.2014 so alles geschah, vor allem was nicht geschah und wie das Recht mit Füßen getreten wurde. Jetzt war Witzel nicht in der Siegerposition, machte einen auf kann mich an nichts erinnern und regte sich nicht nur einmal darüber auf, was er alles gefragt wurde. Davon nun ein paar Kostproben. Einige von vielen. Fragen, ausweichende Antworten und kleine Streitereien. Hinterlegt mit Bildern aus der Vernehmung und aus dem Amtsgericht rundherum, wo umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Für was auch immer die da waren, sie machten den Prozess, über dessen Unsinnigkeit hinaus, ordentlich teuer. Können Sie sich erinnern, dass die Angeklagte nach der Verlesung der Anklageschrift einen Antrag verlesen wollte? Sie wollte mehrfach irgendwelche weitere Anpräge verlesen und ich habe darauf hingewiesen, dass ich jetzt in der Verweisungnahme weiter fortfahren möchte. Ich bin auch nicht gehalten, jedes Mal einen neuen Antrag erst mal in den Antrag stellen. Ich kann auch erst mal sukzessive Dinge weitermachen. Ich kann auch in der Verweisungnahme erst mal fortführen. Kann es sein, dass Sie der Angeklagte gesagt haben, sie könnte Ihren Antrag nach der Einlassung stellen und als das dann durch war und sie dann doch einfach die Zeugen gerufen hat, dass ein Zuschauer Sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass Sie versprochen hatten, dass die Angeklagte ja jetzt einen Antrag stellen darf und Sie dieses Versprechen gerade brechen? Das weiß ich nicht. Wissen Sie nicht. Als danach die Angeklagte erneut nachfragte, sie wolle noch Ihren Antrag stellen, können Sie sich erinnern, dass Sie da geantwortet haben, Sie können Ihre Anträge zum Schluss der Hauptverhandlung stellen? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Okay. Ist Ihnen bekannt, dass eine angeklagte Person jederzeit, grundsätzlich jederzeit das Recht hat, Anträge zu stellen? Das ist mir bekannt. Gut. Können Sie sich erinnern, dass Sie die Angeklagte mit dem Terminus Ihre Wenigkeit beschimpft haben? Also erstens habe ich Sie beschimpft um Wenigkeit, das habe ich auch nicht gesagt. Sind Sie sich da sicher? Ich bin zunächst nicht, ich sage nicht, Ihre Wenigkeit, vielleicht ist das. Hatte keiner eine Frage, schon Wenigkeit sage ich mit Sicherheit nicht. Wissen Sie, ob Sie gesagt haben, dass in der Akte nichts zu finden ist über das, was die Zeugen hier aussagen würden? Wie ich so gesagt habe, weiß ich nicht mehr. Ich beherrschte ja die Formulierung, ich sehe sicher, ich wissen, die irgendeine Stimme können sich sparen. Nein, also ich spreche noch so, wie ich will. Und heute schmeißen Sie mich mal nicht raus. Als der Angeklagte das blinde Unterschreiben von Strafbefehlen kritisierte, griff auch der an dem Tag als Richteragierende ein und zusammen verteidigten die beiden Kollegen ihren Berufsstand. Die Richter, das geht noch in deutlich zu weit. Da stellen wir jetzt Richter, dass Sie einen Strafbefehl unterzeichnen, ohne die Akte zu lesen. Selbstverständlich ist das, das ist der Normalfall. Es ist geradezu albern, dass ein Strafbefehl unterzeichnet. Da fühle ich mich jetzt aber auch angewürgt. Ich erlasse das Strafbefehl. Es tut mir schwer. Und ich habe noch nie einen Strafbefehl unterzeichnet, wo ich die Akte nicht dort fertig geprüft habe. Punkt. Ob das auf Sie als konkrete Person zutrifft, kann ich nicht überteilen. Ich triff es auch zu, Herr Bergstedt. Und diese Unterstellung, die lassen wir nicht weiter bieten, das unterstreicht, dass Sie heute hier zu Recht sitzen. Kennen Sie den § 257 Strafprozessordnung? Ja. Das heißt, Sie wissen, dass nach jeder Zeugenvernehmung und nach jeder Beweiserhebung die angeklagte Person zu fragen ist, ob sie dazu etwas zu erklären hat. Ja. Haben Sie es getan? Das weiß ich nicht mehr. Es kann auch sein, dass ich das nicht durchgehend so mache. Das kann sein. Sind Sie sich sicher, dass Sie es überhaupt auch nur einmal gemacht haben? Sicher habe ich das schon einmal gemacht? Nein, hier in dem Verfahren gegen Frau... Sind Sie sich sicher, dass Sie es wenigstens einmal gemacht haben? Ich bin mir nicht sicher, nein. Okay. Auch die ständige Nachfrage, ob Richter Witzel den jeweils relevanten Paragrafen kenne, führte zu Streit. Wissen Sie, was ein Beweisermittlungsantrag ist? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das ist... Das ist... Das ist... Nein, 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 nein. Ich glaube, ich bin darauf hinzuweisen, dass ich immerhin den Abschluss des Juristums hinter mich gebracht habe. Und Sie dürfen davon ausgehen, dass ich meine Arbeit einigermaßen vernünftig mache. Als der amtierende Richter ebenfalls eingriff, wurde die Sitzung unterbrochen und angeklagter, amtierender Richter und Staatsanwalt führten ein Rechtsgespräch, in dem der Angeklagte den beiden Juristen die Rechtsprechung zum Rechtsbeugungsparagrafen erläuterte. Seine Sichtweise wurde akzeptiert und er durfte weiterfragen. Aber es kann nicht führen, dass das hier eine Abfrage von Studieninhalten... Nein, ich verstehe ja schon Ihre Bedenken. Aber lassen Sie mich kurz erklären, warum das nicht. Also, wir haben eine Rechtsbeugungsrechtsprechung. Das ist Ihnen ja wahrscheinlich mindestens... Also, Rechtsbeugung ist jetzt wahrscheinlich auch nicht Ihr Alltagsgeschäft. Dieser Rechtsbeugungsparagraf ist nach 1945 vom damaligen von Nazirichtern besetzten Bundesgerichtshof so abgeändert worden, dass er ergänzt wurde um ein Tatbestandsmerkmal, was es so bei keinem einzigen anderen Paragrafen gibt, nämlich man muss nachweisen, dass der Richter es besser gewusst hat. Das ist einfach Gegenstand der Rechtsbeugung. Ein Richter kann beliebige Fehler machen, wenn er hinterher sagt, so haben sich ja die ganzen Nazirichter hinterher rausgeredet, wir wussten gar nicht, dass Hitlers Wort kein geltendes Gesetz ist, da dachten wir ja, dass die Vergasung der Jugend und so hat. So haben sie sich halt in ihrem Job erhalten. Und diese Rechtsprechung macht uns heute Probleme, das heißt, wir müssen einem Richter nachweisen, dass er es besser wusste. Folglich stelle ich meine Fragen, ob ihm der Paragraf bekannt ist, weil würde er sich dann rausreden und sagen, ich bin halt ein bisschen blöd, ich weiß das alles, habe ich alles vergessen vom Studium, denn das würde ihn nicht disqualifizieren vom Richteramt. Ein Richter, es gibt keine Rechtsprechung, dass ein Richter irgendwie noch sich erinnern muss an Paragrafen, aber wenn er sich an die erinnert, muss er sich auch machen. Deshalb muss ich, reformhalber, ich will ihm da gar nicht zu nahe treten, ich denke auch, dass er immer sagen wird, dass er die kennt, ob es jetzt stimmt oder nicht stimmt, aber ich muss das, reformhalber, abfragen. Es ist was dran. Also ich meine, das ist natürlich, ich verstehe den Zeugenwitzel, also da, aber wir sind hier in dem Gebiet der Rechtsprechung, wir müssen zum einen belehren, erst mal, ob wir den Verfahren fehlen können, und dann müssen wir klären, erst mal, ob es gravierende Fehler ist, und dann belehren, wie sein, so ist es. Weiter in der Zeugenbefragung. Kommt dieser Satz in das Protokoll nur rein, wenn der Vorgang auch da ist, oder steht der Satz schon vorher in Ihrer Textvorlage? Der steht immer in der Textvorlage. Okay, das erklärt dann auch, wie so manch Protokoll entsteht, und wie so Mitangeklagte vernommen werden wurden, obwohl keiner da war. Können Sie sich erinnern, ob Sie während der Beweisaufnahme überhaupt auch nur ein einziges Mal einen Antrag der Angeklagten zugelassen haben? Offensichtlich sind diese Anträge ja nicht mehr gestellt worden. Können Sie sich an irgendetwas erinnern, warum die nicht mehr gestellt worden sind? Nein. Können Sie sich erinnern, in welcher Situation es zu meinem Rauswurf kam? Was war das? Können Sie sich daran erinnern, was ich dort gesagt haben soll? Nein. Ich helfe Ihnen, vielleicht können Sie sich dann erinnern. Kann es sein, dass es das x-te Mal war, dass Sie einen Antrag gesagt haben, nee, Sie dürfen keine Anträge stellen, und ich gesagt habe, das geht so nicht, und nichts anderes. Das geht so nicht. Dass Sie sich nur noch beschränkt hätten, zu sagen, das geht so nicht, das kann ich ausschließen. Was konkret von Ihnen da gesagt wurde, das weiß ich allerdings nicht mehr. Können Sie sich erinnern, dass dann die Angeklagte erneut, also nach dieser Auseinandersetzung und meinem Rauswurf, erneut fragte, wann sie denn ihren Antrag stellen darf? Und Sie jetzt antworteten, nach der Beweisaufnahme. Also wenn die Beweisaufnahme beendet ist. Ich kann mich da nicht so viel erinnern. Können Sie sich erinnern, ob die Angeklagte ein letztes Wort gehalten hat, oder überhaupt die Möglichkeit dazu hatte? Ich weiß es nicht, wenn ich jetzt letztes Wort gehalten habe. Da sind Sie sich sicher, dass sie ihr letztes Wort gehabt hat. Ob sie davon gebraucht gemacht hat, weiß ich nicht, denn das hatte sie die Möglichkeit, etwas zu sagen. Da sind Sie sich sicher. Deswegen ist für mich die Frage, ob Sie sich erinnern können, dass nach der Zurückweisung des Befangenheitsantrags Sie sofort gesagt haben, so bestehen Sie jetzt auf und angefangen haben, das Urteil zu verlesen. Können Sie sich eventuell erinnern, dass dann die Angeklagte sehr energisch Sie unterbrochen hat und gesagt hat, hallo, ich habe mein letztes Wort noch gar nicht gehalten? Nee, das weiß ich nicht. Das wissen Sie auch nicht mehr. Und dass Sie dann gesagt haben, dass sie doch ihr letztes Wort gehabt hat, obwohl außer dem Befangenheitsantrag nichts passiert ist. Können Sie sich erinnern, dass der Herr Goertz Ihnen da sogar beipflichtete? Nein. Und dann die Frau sagte, ich hatte mein letztes Wort noch nicht. Und Sie dann antworteten, na gut, was ist dann Ihr letztes Wort? Und Sie dann doch haben ein letztes Wort sagen lassen, nachdem Sie schon die erste Zeile des Urteils verlesen haben. Können Sie sich nicht erinnern? Nicht. Würden Sie den Satz einer angeklagten Person, die eine Pause beantragt, um ein letztes Wort halten zu können, zu sagen, Sie haben nach der Verhandlung Pause genug? Würden Sie das ein adäquates Mittel der fairen Verhandlungsführung empfinden? Grundsätzlich nicht, ja. Die Verhandlung ging noch ein Weilchen weiter. Weitere Zeugis wurden gehört, aber das Ende war unvermeidlich. Einige Zeit nach dieser Vernehmung zog Richter Witzel seinen Strafantrag zurück. Das Verfahren war erledigt und der Versuch, eine justizkritische Person einzuschüchtern, fulminant gescheitert. Zusammen mit anderen, bereits von Beginn an offensiver geführten Prozessen hat das am Amtsgericht Kerpen zu einer bemerkenswerten Unlust geführt, Strafverfahren gegen politische AktivistInnen zu führen. Genau das ist das Ziel. Die Justiz als Bollwerk von Kapital- und Herrschaftsinteressen zu schleifen, um Platz zu schaffen für das, um was es hier in der Region geht. Eine Energiezukunft ohne Kohle, eine gesellschaftliche Zukunft ohne den Wahnsinn von Profit, Macht, Strafe und Kontrolle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute.